Hallo und herzlich Willkommen zu Part 5 der Disney Legacy Challenge. Ja, beim letzten Mal hat Snow Charming erzählt, dass sie schwanger ist und hat eigentlich ziemlich gut darauf reagiert und ja, direkt daraufhin ist er auch gleich bei ihr eingezogen. Okay, sie ist immer noch Feuer und Flamme. Sechs Stunden beginnt das nächste Trimester und er ist auch super happy. Okay. So, ich würde sagen, du gehst mal auf Toilette und danach wird Charming hier mal diese Skulptur her, eine Skulptur herstellen und zwar einen Messerblock. Oh mein Gott. Petschi! Petschi! Hi! Spreche ein bisschen über die Zukunft mit ihm und erzähle von der großen Neuigkeit, dass du schwanger bist und wie glücklich du darüber bist. Und schärme natürlich von deinem Partner, denn er ist gerade bei dir eingezogen und ja, so kurz wie die sich kennen, ähm, das ist keine Selbstverständlichkeit. So, dann plaudert noch ein bisschen. Okay. Hey, Snow, wir fänden es toll, wenn du unserer Gruppe Fitnessfreaks beitreten würdest. Was sagst du dazu? Nein, kein Interesse, denn Snow hat jetzt, glaube ich, noch nicht wirklich was mit Fitness zu tun gehabt. Oh, Petschi ist eifersüchtig. Okay. Ich lerne immer noch von mir. Okay. So, Snow, dann geh du doch bitte mal auf Toilette, denn, dein Schwangerschaftsblase macht das nicht mehr lange mit. Und dann kümmerst du dich um das Mittagessen. Und ich würde sagen, du machst heute zur Feier des Tages ein paar Tofu-Tacos. Genau. So, wie weit bist du? Okay, du bist fertig. Dann mach doch vielleicht am besten noch einen. Oh, ausgezeichnet. Ja, fein. Wie sieht der denn in echt aus? Hm. So? Ach, kein Name. Okay. Aber dennoch. Hat er denn überhaupt Hunger? Hm, nicht wirklich. Ja gut, dann könntest du dich doch eventuell danach um die Bienen kümmern und die Grillen pflegen. Genau. Mach das doch bitte mal. Bist du schon fertig? Okay. Ähm, wir dürfen weder alten Frauen noch überhaupt fremden Personen eigentlich die Tür öffnen, also bitte geh. Patsch, du möchtest auch was zu essen. Patsch, du möchtest auch was zu essen? Mhm. Okay. Okay. So, dann räum doch deinen Teller auf. Und... Und... Ansehen, okay. Und da hat sich der Finger eingeklammt. Brillant. Genau, Snow, dann setz dich doch mal dahin. Charming setzt sich doch mal dazu. Und küsse deine Freundin. Und massiert sie mal eine Runde, denn sie hat bestimmt Schmerzen. Denn wenn der Bauch immer größer wird, kann das schon mal vorkommen. Und mach ihr bitte noch ein Kompliment über ihr Aussehen. Denn... Ja. Oh Gott, ich übe es. Okay, dafür ist es noch so cool. Oh, das Romantikfestival. Auf geht's. Ich glaube, das machen wir hier heute. Sind ja... Was war das? Hat die sich gerade eine Maske aufgelegt? So, wir sind da. Und ich würde sagen... Zuallererst trinkt ihr mal ein bisschen... Sakura Tee. Ist das eine Tuchmaske? Nicht dein Ernst. So, da du nicht mit alten Frauen reden darfst... ...wirst du sie einfach mal nach der aktuellen Beziehung fragen. Und ich bin ja mal gespannt, was sie dazu sagt. Ich höre Hochzeitsglocken läuten, aber sie scheinen einen Riss zu haben. Was? Was? Nicht dein Ernst? Und... Boah. Nie und nimmer. Das wird... Für immer sein. Definitiv. Wo ist Snow? So, dann... Geh doch bitte mal zu ihr... ...und sprech sie auf diese... ...anregende Atmosphäre an. ...und beschreibe über deinen letzten kroketten Traum mit dir. Wo ist denn das? Oh, Mistel, Jumbo-Pormay, ah! Pff, okay. Ah! Joppy! Uh oh. 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 Oh, Adida. Walks with Yasuna. Let's go. Uh oh. Uh oh. Ich glaube, das wird auch jetzt sozusagen das letzte Date, bevor das Baby kommt. Charming sagt, du bist mein Herz. Oh mein Gott. Kannst du ihm auch irgendwas super romantisches sagen? Schade. Das wäre super, super süß gewesen, auch. Was geht ab? Was geht ab? Was geht hier noch ums? Okay. Etwas essen. Okay, die zwei sind immer noch völlig am rumtwörteln. Okay. Okay. Snow sagt, Gott, du bist einfach perfekt. Oh mein Gott, wie schuldig. Okay, ich denke, die zwei waren jetzt lange genug unterwegs und werden jetzt wieder nach Hause fahren, denn morgen steht ein wichtiger Termin an. So, zu Hause angekommen, müssen alle irgendwie pieseln. Snow läuft ziemlich hoch, schwanger. So, du Gute. Dann gehst du bitte... Nein, nicht er. Dann gehst du eine Runde schlafen. Und er wird jetzt essen. Und danach... eine Runde fernsehen und dann ebenfalls ins Bettchen gehen. So, es ist der nächste Morgen und Snow fühlt sich ziemlich schlecht, denn ihr isst mega übel. Nein, keine Käsekrackers zum Frühstück. Nein, keine Käsekrackers zum Frühstück. Ähm, du machst bitte ein ordentliches Frühstück. Und zwar, weil heute Sonntag ist, wirst du einmal Pfannkuchen machen, ja. Snow hat ziemlich Hunger und, ähm, leider ist sie auch ziemlich übel, aber so ist es normal in der Schwangerschaft und, ähm, ja. Charming war bis 1 Uhr wach, deswegen liegt er natürlich noch im Bett. Ihn werden wir aber, denke ich, dann wecken, sobald die Fakku fertig sind. Oh, draußen regnet's. Oh, draußen regnet's. Nein, noch nicht neben. Erst zum Essen rufen. So, Charmin kommt dann auch zum Frühstück. So, sie unterhalten sich natürlich darüber, was heute alles ansteht und er freut sich sichtlich über die Fangkuchen. Ähm, ja. Und sie wird ihn fragen, ob sie heute nicht Lust hätten, zum Frauenarzt zu fahren. Denn, ja, es ist möglich, das Geschlecht des Babys zu erfahren. Und ja, er findet das, denke ich, auch eine ganz gute Idee. Und nach dem Frühstück, denke ich, werden sie auch schon losmachen. Okay. Dann räum du doch mal dein Tellerchen ab. Perfekt. So, snordig ziehen wir jetzt mal ganz flott um. Ähm. Dresser. Ort wechseln. Perfekt. Wobei... So. Okay. Dann fahrt doch mal... Oh, nein. Bitte geh noch erst auf Toilette. Auf, 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 auf. Okay, das klang jetzt gerade irgendwie ein bisschen komisch. So, sie sind auf dem Weg. Und jetzt müssen wir abwarten. Okay, Snow ist zurück von ihrem Gynäkologen-Termin. Sie findet ihre Ergebnisse der Ultraschalluntersuchung in ihrem Inventar. Okay. Okay, ich bin sowas von aufgeregt. Okay, das war jetzt anscheinend so aufregend für sie, dass sie sich übergeben musste. Ich glaube, das machen wir jetzt auch in dem Part, dass wir herausfinden, wie viele Babys sie bekommt und was es wirkt. Und ich werde jetzt das Bild einfach mal an die Wand schieben. Okay, es ist schon mal ein Baby und es wird ein Mädchen. Oh, schön. Ich freue mich riesig. Gut, im nächsten Part werde ich dann das Zimmer einrichten. Und ja, vielleicht bekommt Snow dann auch schon ihr Baby. Ich freue mich aufs nächste Mal und bis bald. Tschüss.